Wir fahren heute zum Great Barrier Reef und Arthur sieht jetzt schon aus wie ein Fisch Und heute sind wir ein bisschen schlauer Wir haben heute unsere Brote mit Aber das Wetter ist jetzt schon geil Und die Wettervorhersage hat gesagt dass heute richtig gutes Wetter ist Arthur ist ein Jammerlappen Der hat überall Mückenstiche Jetzt komm, jetzt kannst du dein Leid hier beklagen Das sieht aber echt krass aus Und da liegt eine Tomate So, wir sind echt so doof Wir wollten mit einem 50 Dollar Schein im Bus bezahlen Um 6 Uhr morgens Und die können halt dann nicht so viel wechseln Dann bin ich zum nächsten Taxibarat getrankt Und wollte fragen ob die mir das Ich habe mich einfach so dermaßen aufs Moll gelegt Eigentlich ist das ein bisschen zu verdächtig Scheiße will ich da Guckt euch das mal an Und hier habe ich mich auf ihn gelegt Und meine Hand Und hier habe ich mich schon ein bisschen provisorisch verarztet Und ich hoffe das brennt nicht so Wenn ich gleich in den Knochen gehe Weil jetzt haben wir ein Ticket Das coole hier ist, dass sich schon ab 2 Fahrten ein ganzes Tagesticket lohnt Das kostet 1,40 Dollar Und die Tickets sehen irgendwie aus wie so Quittungen So Kassenbelege oder so Ihr habt die Lagunen überhaupt noch gar nicht gesehen Hier waren wir auch schon öfters und das sieht einfach mega geil aus Mitten in der Stadt ist hier ein Pool Für alle die schwimmen wollen Und sonst Das ist voll geil und der ist richtig groß Hier eingerichtet weil man hier im Meer nicht schwimmen kann Weil es hier viel zu gefährlich ist Deshalb wurde 2003 dieser coole Pool hier errichtet Ist der Hafen von Kerns Ich glaube da hinten ist unseres So das ist unser Boot mit dem wir gleich fahren werden Wir haben schon unsere Ausrüstung Da müssen wir uns gleich rein quetschen Da müssen wir uns gleich rein quetschen Mit Schwimmplassen und Ich glaube aber wir haben uns Spaß So das Boot füllt sich langsam Und es ist schon echt krass warm Obwohl es noch so bewölkt ist So 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 Das Great Barrier Weaver ist so geil. Oh mein Gott, ich will noch heute hin und ich kann es nicht erwarten, die Bilder mir anzugucken. Das einzige Problem, was ich jetzt habe von dem Salzwasser, sind meine Haare mega verfilzt und richtig krass. Ich weiß nicht, wie ich mein Haargummi da rauskriegen soll.